Ich möchte für die Einheit der Welt beten. Vater, wir kommen zu dir. So wie Johannes 17 sagt, dass du in dieser Endzeit die gesamte Welt zusammenbringst. So Vater, wir bitten dich, dass du, heiliger Geist, das orchestrierst, dass du in jedem Bereich der Erde arbeitest. Vereine unsere Herzen zusammen. Vereine die Herzen deiner Braut in jeder Sphäre, jeder Rasse, jeder ethnischen Gruppe, jedem Bereich der Erde. Dass wir zusammenkommen in Einheit und wir bitten dich, dass wir uns vorbereiten als ein Ruheort und eine Ruhestätte für dein Herz, für unseren Herrn Jeschua. Hilf uns, heiliger Geist. Heiliger Geist, wir beten zu dir. Hilf uns, dass wir wirklich eins sein können und bereit sind, unseren wiederkommenden Herrn willkommen zu heißen. Wir bitten dich, dass du dieses Gebet beantwortest im Namen Jesus. Nein. Nichts. Nein. -